So, allerhand Themen, über die wir sprechen müssen, über diese Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, dass Kredite also nicht umgewidmet werden dürfen, zusammen mit Professor Volker Kronenberg, Professor für Politikwissenschaft hier an der Universität in Bonn, Haller-Kronenberg. Guten Tag Herr Bauer. Also, welche Folgen hat dieses Urteil vom Mittwoch nächster Woche jetzt? Das ist natürlich die spannende 100.000 Dollar Frage. Hat man den Eindruck, denn die Ratlosigkeit, Sie haben es ja in der Anmoderation auch gesagt, ist extrem groß. Ich würde übrigens, mein Eindruck war, dass ja im Finanzministerium nicht alle so wirklich überrascht waren. Es gab ja durchaus auch schon in den letzten Monaten die ein oder anderen Zweifel, ob das tatsächlich verfassungsmäßig so leicht machbar war, wie die Koalition das dann eben getan hat. Jetzt, so beobachten wir das, ist die Ratlosigkeit groß einerseits. Es kann ja noch viel mehr drohen, bezieht sich das womöglich auch noch auf andere Fonds oder auf andere Maßnahmen der Länder. Es ist ja nicht nur der Bund, der so agiert hat, sondern andere Bundesländer haben das auch getan. Aber Tatsache ist natürlich, Herr Bauer, jetzt muss ein solider Haushaltsplan aufgestellt werden. Mit diesen unbekannten Dingen, die womöglich noch kommen können. Und das verweist einfach auf den Punkt, dass man sich jetzt natürlich auf Maßnahmen einigen muss, wie man mit diesem fehlenden Geld umgeht. Ja, oder auf die Ampel, da schauen wir gleich nochmal, aber nur, dass wir das nochmal klar haben. Das heißt de facto, es fehlt viel Geld im Bundeshaushalt, aber möglicherweise, wenn sich das auf andere Sondervermögen auswirkt, auch in den Länderhaushalten. So ist das. Nun ist der Bund für seinen Haushalt und die Länder natürlich für ihren Haushalt zuständig. Aber umgekehrt, und da bin ich noch gar nicht bei Streit oder Konflikt, über den natürlich jetzt schnell gesprochen wird, sondern es gibt ja Instrumentarien politischer Natur, wie man mit dieser Herausforderung jetzt umgehen kann. Die werden ja auch schon diskutiert, aber die gibt es ja auch. Man kann Ausgaben reduzieren, man kann Einnahmen erhöhen, man kann theoretisch das Grundgesetz ändern, Schuldenbremse. Aber es ist ja nicht so, dass Politik nicht handlungsfähig ist, sondern Politik hat alle Maßnahmen auf dem Tisch liegen. Das sind unterschiedliche. Und die sind natürlich jeweils, aus der jeweiligen Sichtweise heraus, unterschiedlich reizvoll oder naheliegend damit umzugehen. Aber es ist ja nicht so, als könnte Politik nichts tun. Ja, finde ich sehr wichtig, dass Sie das sagen. Aber nur noch mal die Zahlen. Also es gibt 29 Sondervermögen, die diesen derzeit bestehenden Bundeshaushalt stützen. Das heißt, dieser Bundeshaushalt ist möglicherweise in einem ganz großen Teil verfassungswidrig. Da müsste man also sehr viel von dem machen, was Sie gerade angesprochen haben. Entweder Steuern erhöhen oder Geld einsparen. So ist das. Nun glaube ich, muss man bei dieser großen Zahl an Sondervermögen dann auch immer am Einzelnen gucken. Sie haben recht, das ist eine sehr große Zahl. Nehmen wir ein Sondervermögen, die 100 Milliarden für die Bundeswehr. Die sind natürlich geschützt, sozusagen vor dem Urteil aus Karlsruhe, weil sie natürlich mit der Opposition durch Verfassungsänderung insofern sauber sozusagen umgesetzt worden sind. Aber Sie haben recht, es drohen Lücken. Aber auch hier, Herr Bauer, muss man sehen, selbst das, womit jetzt Politik konfrontiert ist, dem Urteil, den 60 Milliarden auf einen Zeitraum x von mehreren Jahren, sind das, so wie wir im Moment lesen, 15 Milliarden pro Jahr. Das ist sehr viel. Aber wenn wir uns anschauen, wie viel ein Gesamthaushalt pro Jahr ausmacht, dann ist Politik handlungsfähig. Aber hier wird es dann natürlich der oder dem einen oder den anderen auch wehtun. Wehtun, und zwar der einen oder anderen Partei im Endeffekt. Meine Damen und Herren, sprechen wir natürlich jetzt gleich über die Ampel, müssen wir, und hören vorher nochmal Omid Nouripour, den Chef-Co-Vorsitzenden der Grünen, heute Vormittag. Das ist ja mal ein positiver Blick nach vorne, Herr Professor Kronenberg von Omid Nouripour. Da sind sich alle einig, dass man eine Lösung finden muss. Sie haben das eben schon gesagt, neuer Haushalt muss in irgendeiner Form her. Wie denn in dieser Ampel, die doch, ich will es nicht zerstritten nennen, sondern die einfach sehr unterschiedlichste Sichtweisen offenbar auf Politik hat? Nouripour hat es ja angedeutet. Also entweder es wird gespart an der einen oder anderen Stelle oder es werden auf Ausgaben erhöht trotzdem. Dann liegt der Begriff der Steuererhöhung nahe oder man geht an die Schuld. Geht mit der FDP nicht? So, genau. Und da sind natürlich die drei Akteure wieder im Spiel. Wir haben oft hier schon gestanden, aber heute ist es berechtigt, noch einmal darauf hinzuweisen, dass natürlich diese drei Parteien sehr unterschiedliche Parteien sind, die eigentlich vor zwei Jahren nicht miteinander regieren wollten. Das darf man natürlich nicht erst im Auge verlieren, weil genau bei dem Thema jetzt, das ist ja ein ganz neuralgischer Punkt, die FDP diametral unterschiedliche Auffassungen hat zu dem, was Grüne oder eben auch Teile der Sozialdemokratie vertreten. Die einen sagen nämlich eher Steuern runter, während die anderen sagen SPD-Vorsitzende Esken, andere Steuern hoch oder wir gehen an die Schuldenbremse. Das wird natürlich der Finanzminister, das wird die FDP nicht mitmachen, aber Herr Bauer, auch das, die Koalition wird nicht an dieser Frage jetzt zerbrechen. Ah, da müssen wir noch mal drauf, denn in diesem Falle ist es ja so, es sind drei Koalitionäre, ja, aber die FDP bei weitem die kleinste, auch jetzt in den Umfragen derzeit, möglicherweise wäre ein Scheitern einer 5-Prozent-Hürde wahrscheinlich. Trotzdem scheint sie diese Koalition vor sich herzutreiben mit den zwei Mantren, einerseits keine Steuererhöhung, andererseits gilt die Schuldenbremse. Beides scheint, wenn ich jetzt als Mathematiker da mal drauf gucke, nicht wirklich machbar in dieser jetzigen Situation der Haushaltslage. Und Sie sagen trotzdem, nee, das bricht aber die Koalition nicht. Wie geht das zusammen? Ja, zwei Punkte. Ich habe ja darauf hingewiesen, man kann ja auch darüber nachdenken, ob in Teilen auch Ausgaben reduziert werden. Da kann man über Subventionen sprechen, da kann man natürlich auch über das sprechen, was man in den letzten Jahren schon auf den Weg gebracht hat. Und warum ich da sehr zuversichtlich bin, sozusagen aus der jeweiligen strategisch-taktischen Sicht der drei Parteien, in solch schwierigen Krisenzeiten jetzt sozusagen diese Koalition platzen zu lassen, wegen dieser überschaubaren Summe, wäre staatspolitisch für alle drei Parteien verheerend. Aber noch ein wichtiger Punkt, Herr Bauer, ich glaube, dass der Kanzler hier eher sozusagen sich in der Mitte positioniert, wie er das immer tut. Und wir dürfen nicht vergessen, in den letzten zwei Jahren oftmals der FDP beigesprungen ist. Und meine Vermutung ist, dass hier zwischen Scholz und den SPD-Vorsitzenden, gerade Esken, auch ein Gegensatz ist. Ein Kanzler Scholz wird keine Steuererholungen wollen. Er denkt natürlich auch schon in zwei Jahren an seine Wiederwahl. Heißt, der Kanzler wird eher, so beobachten wir das ja doch, bei wichtigen Fragen FDP-nah sein. Ich gehe davon aus, dass es nachher eine Mischung sein wird sozusagen, dass es aber nicht die wuchtige Steuererhöhung ist, dass man aber sich auf jeden Fall einigen werden kann. Wir werden es beobachten. Zum Abschluss noch der Blick auf die Union, die da letzte Woche Mittwoch gewonnen hat, in Anführungszeichen. Aber was heißt eigentlich gewonnen? Also wenn die Union, wie es im Moment aussähe, möglicherweise die nächste Bundesregierung stellen würde, dann würden ja all diese Einschränkungen, die Karlsruhe jetzt vorgegeben hat, auch für die Union gelten, in wieso kann man sich so einfach freuen und sagt nicht im Zweifel, vielleicht war das ein Fehler, diese Klage in Karlsruhe. Naja, noch einmal. Es ist ein politischer Wille, Handlungsspielräume zu entdecken und womöglich in diesen mehrere hundert Milliarden Haushalt doch an der einen oder anderen Stelle womöglich eine Kürzung vorzunehmen. Die Union als Opposition ist doch im Grunde, das ist nicht nur taktisch sinnvoll, sondern sie ist natürlich auch aufgefordert, da wo es verfassungsrechtliche Zweifel gibt, die womöglich zu prüfen. Das gehört doch auch dazu. Eine Regierung, die ganz offenkundig eben hier etwas politisch getan hat, was gegen die Verfassung verstößt, die muss die Konsequenzen auch tragen. Das ist das kleine politische Einwalt. Sie war nicht die Erste. Es gab es ja in den vorigen Regierungen auch. Sie war nicht die Erste. Auf Landesebene hat es einen Finanzminister nach Nordrhein-Westfalen seitens der SPD gegeben, der mehrfach verfassungswidrige Landeshaushalte vorgelegt hat. Und die Union hat es auch gemacht. Genau. Und später sogar auch zum Hoffnungsträger als Parteivorsitzender wurde. Heißt, solche Dinge sind dann auch politisch einortbar. Das ist auch jenseits der politischen Arithmetik gelagert. Aber es ist Aufgabe der Opposition, hier eine Regierung vor sich her zu treiben, denn es ist letztlich politische Gestaltungswillen oder auch Gestaltungsfähigkeit. Und wenn die Ampel nicht in der Lage ist, diese Summe zusammenzukriegen, dann im Grunde ist diese Koalition tatsächlich am Ende, was aber nicht zu erwarten ist. Was Sie nicht erwarten? Ich bin sehr gespannt. Volker Kronenberg, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bonn. Vielen Dank, Herr Kronenberg. Ja, gern, Herr Bauer.